Tegernsee ist eine Stadt im oberbayerischen Landkreis Miesbach und heilklimatischer Kurort. Geografie Die Stadt liegt im Tegernseertal am östlichen Ufer des Tegernsees im bayerischen Oberland und am nördlichen Alpenrand. Der gesamte See einschließlich der einzigen Insel ist Teil des Stadtgebiets. Rund vier Kilometer östlich des Stadtzentrums liegt an der Gemeindegrenze zu Rottachegern die 1.448 Meter hohe Baumgartenschneid. Die Nachbargemeinden Tegernsees sind im Norden Gemund und im Süden Rottachegern. Am westlichen Ufer des Tegernsees liegt Bad Wiessee. Im Osten grenzt das Tegernseer Gemeindegebiet an das Gebiet der Gemeinde Schliersee. Jedoch ist Schliersee durch keine öffentlich befahrbare Straße direkt von Tegernsee erreichbar. Durch die Stadtmitte Tegernsees fließt der Alpbach. Die Gemeindegrenze Tegernsees zu Rottachegern verläuft teilweise entlang der Rottach. Der heilklimatische Kurort liegt am Nordrand der Alpen und ist dem Klimatyp Hochgebirgsklima untere Stufe zugeordnet. Politik Zusammensetzung des Stadtrates in der Legislaturperiode 2014 zu 2020 CSU 5 Sitze, SPD 3 Sitze, FWG Tegernsee 5 Sitze, Bürgerliste 3 Sitze. Die Stadt Tegernsee unterhält seit 2006 eine Städtepartnerschaft zum niederösterreichischen Dürnstein. Geschichte Um die Mitte des 8. Jahrhunderts die Legende besagt im Jahr 746 gründen die Brüder Adalbert und Otto K. das Kloster Tegernsee, das bis zur Säkularisation im Jahr 1803 von Benediktiner Mönchen geführt wurde. Der Ort entwickelte sich aus der Ansiedlung von Ministralen und der klösterlichen Landwirtschaft. Er nahm erst im 19. Jahrhundert einen wirklichen Aufschwung, als das ehemalige Kloster von König Maximilian I. Josef erworben und als Schloss genutzt wurde. Es entwickelte sich ein Ort für Kuraufenthalte und Sommerfrische, der wie der ganze Tegernsee um die Wände zum 20. Jahrhundert vermehrt Künstler anzog. Im Dritten Reich galt das Tegernseeertal als besonders beliebt bei hochrangigen Funktionären und so ließen sich in Tegernsee und den umliegenden Gemeinden einige Nationalsozialisten nieder. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die Hotels der Stadt Tegernsee als Hilfslazarette genutzt. Rund 12.000 Verwundete und zivile Kriegsflüchtlinge waren alleine im Ort Tegernsee untergebracht. In Rückzugsgefechte verwickelte Truppen der 17. SS-Panzergrenadierdivision Götz von Berlichingen wurden durch den rekonvaleszenten Major Hannibal von Lüttichau überzeugt, sich nicht im Ort festzusetzen, sondern über Kreuz in Richtung Österreich abzuziehen. Er ging anschließend mit einer weißen Fahne zu den anrückenden Artilleristen der US-Armee und konnte diese vom Abzug der Waffen-SS überzeugen, so dass der Ort und die Bewohner und Flüchtlinge nicht beschossen wurden. Kultur und Sehenswürdigkeiten Bauwerke Hauptsehenswürdigkeit ist das ehemalige Kloster Tegernsee, das eine bedeutende Rolle bei der Kultivierung Oberbayerns im Mittelalter spielte. Die mittelalterliche Kirche wurde in der Barockzeit umgestaltet. Nach der Säkularisation wurde das Kloster als königliches Schloss genutzt. Es ist nach wie vor in Besitz der Wittelsbacher und beherbergt heute neben dem staatlichen Gymnasium Tegernsee auch das Bräuschtüberle. Weitere historisch bedeutsame Bauwerke sind das Sängerschloss, das Ganghoferhaus, das Stielerhaus, das Palais Wedelstedt und die Villa Akko, das Sommerhaus des Lord Acton. Die vier letztgenannten Gebäude befinden sich auf der Kuppe des Lehbergs, dem sogenannten Literatenhügel. Das Umfeld des Schlosses wurde ab 1820 vom bedeutenden Gartenkünstler Friedrich Ludwig von Skel in Form eines Landschaftsgartens gestaltet. Ab 1872 wurde dieser Schlossgarten noch durch einige Teppichbeete ergänzt, die der Gartenkünstler Karl von Effner entwarf. Trotz einiger Beeinträchtigungen durch Überbauung und Parkplatznutzung in Teilbereichen ist die Anlage in den Grundzügen heute noch erhalten und zählt zu den bedeutendsten Gartenplanungen des Bayerischen Alpenvorlandes. Siehe auch, von überregionaler Bedeutung ist der Schachverein TV Tegernsee, der bis 2009 in der 1. Schach-Bundesliga spielte. Im August 2008 wurde die Montemare-See-Sauna eröffnet. Direkt nebenan befindet sich das Strandbad. Wirtschaft Der Schwerpunkt der Wirtschaft liegt im touristischen Bereich. Die Zahl der Hotelbetten sinkt aber mindestens seit der Jahrtausendwende kontinuierlich. 2013 waren es 1349 Betten, ein Rückgang von 20% innerhalb von 10 Jahren. Dies verstärkt die Tendenz zum Tagestourismus. Größter Arbeitgeber des Ortes ist die Orthopädische Klinik Tegernsee der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd. Die Klinik trägt etwa zu einem Drittel zu den Übernachtungszahlen Tegernsees bei. Im ehemaligen Kloster ist außerdem das herzoglich-bayerische Brauhaus Tegernsee untergebracht. Verkehr durch die Tollage und das hohe Verkehrsaufkommen durch eine Verschiebung zum Tagestourismus ergibt sich eine ungünstige Verkehrssituation. Die Stadt Tegernsee liegt an der B307 von Gemund am Tegernsee zum Silvenstein-Stausee. Sie befindet sich rund 20 Kilometer südlich von Holzkirchen und der Bundesautobahn 853 Kilometer von der Landeshauptstadt München 18 Kilometer von Bad Tölz, 15 Kilometer von Miesbach, 44 Kilometer von Rosenheim und 34 Kilometer von Achenkirch am Achensee entfernt. Linienbusse fahren in die Nachbargemeinden Gemund, Bad Wiessee, Rotach, Eglern und Kreuth, in das Weißachtal und weiter zum österreichischen Achensee sowie zur touristisch bedeutenden Wahl-App. Für Kurkarteninhaber ist die Nutzung der öffentlichen RV-O-Busse im Tal kostenfrei, wodurch eine Verkehrsentlastung angestrebt wird. Tegernsee ist ferner die Endstation der Tegernseebahn, die heute von der Bayerischen Oberlandbahn im Stundentag ab München Hauptbahnhof bedient wird. Zum Pendlerverkehr fährt sie häufiger. Die Seanlieger sind im Sommerhalbjahr durch regelmäßige Schiffsverbindungen der Bayerischen Seenschifffahrt über den See erreichbar. Die etwa 170 Meter lange Bootsfahrt mit dem Überführer von der schmalsten Stelle der Egner Bucht am Hotel Seehotel überfahrt in Rotach, Eglern zur Tegernseer Halbinsel Pullen und zurücksetzt eine über 500-jährige Fährtradition fort. Persönlichkeiten Ehrenbürger Otto Beisheim, Gründer des Metro-Konzerns, Verleihung Anfang November 2005 Söhne und Töchter der Stadt Ägid Quirin Asam, Stuckateur und Bildhauer des Spätbarock Josef Kriechbaumer, Zoologe Sebastian Kirchberger, Domkapitula im Erzbestum München und Freising Marie Gabriele in Bayern, Tochter von Herzog Karl Theodor in Bayern Marianne Seltsam, deutsche Skirennläuferin Katharina De Bruin, bayerische Volksschauspielerin Max Leo Rennrottler Anselm Prester, Maler Wolfgang Herrmann, Musikschaffende Eva Mattes, österreichische Schauspielerin Andreas Petzold, Chefredakteur des Stern Wolfgang Laker-Schmidt, Jazzmusiker Michael Veit, Skirennläufer Joe Baudisch, Schlagzeuger Mirko Bonne, Schriftsteller und Übersetzer Hans C., Marcher, Koch und Entertainer Peter Schlicken, Reader, Skilangläufer Markus H., Rosenmüller, Filmregisseur Markus Busch, Eishockeyspieler Florian Busch, Eishockeyspieler Carl Bert, Politiker Sina Davan, Politikerin Sebastiano Sing, Künstler Viktoria Rebensburg, Skirennläuferin Personen, die vor Ort gewirkt haben oder hier wohnten Josef Karl Stieler, Kunstmaler Hofmaler des Bayerischen Königs Amalie von Stubenrauch, Schauspielerin und vertraute Wilhelm I., erwarb 1862 Dekasekunden vorhergehende Gebäude des heutigen Palais Wedelstedt und lebte dort bis zu ihrem Tod Amalie von Lerchenfeld, Gräfin Adlerberg John Emmerich Edward Dailberg-Eckton Baron Eckton fand seine letzte Ruhestätte auf dem Tegernseer Friedhof Karl Stieler, Jurist und Dichter, begraben auf dem Tegernseer Friedhof Ludwig Ganghofer, Schriftsteller, verbrachte die letzten Jahre seines Lebens in Tegernsee Maximilian Graf von Weiser, berühmter Augenarzt, von 1925 bis 1930 Eigentümer der Via Aco, dem späteren Seeheim Oscar Mester, Filmpionier, beerdigt auf dem Tegernseer Friedhof Ludwig Thoma lebte seit 1908 in seinem Haus auf der Tuften in Tegernsee, wo er auch verstarb Hedwig Korzmaler lebte seit 1935 in ihrem Haus in der Schweighofstraße 47, wo sie auch verstarb Rainer Simons, Sänger, Regisseur und Theaterdirektor Olaf Golbranson, Zeichner des Simplicissimus, lebte seit 1929 auf seinem Schererhof bei Tegernsee Walter Bruno Ilz, Theaterdirektor und Regisseur, lebte in seinem Anwiesen Ilzenhof am Tegernsee und starb dort August Macke, Maler und Mitglied der Künstlergruppe der Blaue Reiter, lebte und malte von 1909 bis 1910 ein Jahr in Tegernsee Karl von Eberstein, deutscher Politiker und ehemaliger Polizeipräsident von München, lebte seit 1950 in Tegernsee und fand seine letzte Ruhestadt auf dem Tegernseer Friedhof